Untertitelung im Auftrag des ZDF Ich bin in Paris und bin in Paris. Ich bin da und bin in die Freunds Hotel. Und da war es ein paar Mal, ich hatte es ... Das war's. Wir sind in der 3.00 Uhr im Spiel gegen Scholek. was du zu sagen? Es wird ein großer Spiel, denn es ist ein Intermuss für die zwei Klubben. Scholde ist ein schweres Spiel, und sie haben sich in der Zeit zu retten. Es ist ein großer Spiel, weil sie in der Prä-Saison haben, sie haben wir 2-mal in der Prä-Saison. Wir wollen uns auch nachdenken und zeigen, dass wir uns nicht an unsere Juste-Balleur waren. Okay, perfect. Hülle, eine Frage? Sie haben die gleichen Antworten als Val. Wir haben uns schon mal in der Prä-Saison gemacht. Wir haben uns gegen sie. Wir haben uns ein bisschen anstrengen gegen sie. Das ist ein Intermuss für sie, weil sie in der letzten Woche verloren haben. Wir machen uns sehr viel, weil sie wollen alles machen. Sie wollen alles tun, um zu erreichen, zu beenden. Ich denke, es ist an uns, zu sein und zu sein, zu sein. Das funktioniert. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.